Kommt zu leerer Hütte am Wald. Wir verkaufen Gegenstände. 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 ich schee ich schee ich schee ich schee hier ist motion Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Warum sagst du ständig, sei Dienstag? Ist es doch nicht. Es ist Donnersag. So. Ist es doch nicht. Heute ist Freitag. So tief im Wald ist es schwierig, den Überblick über die Woche zu behalten. Okay. Okay. Vielen Dank. Roter Admiral. Den habe ich noch nicht abgegeben. Das ist wasabi. 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 Jetzt wo das Wetter wieder lebenswert ist, treiben sich immer mehr Leute draussen rum. Einmal im Frühling hatte ich ziemlich den Liebeskummer. Das war in der zweiten Klasse. Wir waren Klassenkameraden. Sie lehnte den Wurm ab, den ich draussen gefunden hatte. Dann spielte er lieber mit Aiden auf dem Klettergerüst. Was dieser Typ jetzt wohl so macht. Wir warten bis ein Fisch an der Angel ist. Das war in der ersten Klasse. Und das war in der ersten Klasse. Das war in der ersten Klasse. Die Klasse ist der Klasse. Und das war in der ersten Klasse. Wir waren um zu einem Schiff, den wir an der Aspekte zu, den wir so folgen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Wir gehen ins Museo. Alice. Immer die Rechnungen. So kann ich dafür sagen, dass wir sie nicht doppelt zahlen. Eine Feilchen mehr für mich danke. Okay. Hast. Alice. 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 Erika, ich genieße nur das Wetter. Was machst du, Wombi? Du hast es anscheinend eilig. Bist du okay? Du siehst verschützt und erledigt aus. Ich empfehle eine Dosis Medizin. Und wie du brauchst ein paar Vitamine? Berurteile einen Mann nicht, weil er seine Produkte verkaufen will. Vitamine helfen dir um die Zeit weiter. Ich weiss nicht, wovon du redest. Hört sich für mich überhaupt nicht fragwürdig an. This machine will be ready. Ich liebe den Frühling, ich kann die Vögel zwischen hören. Genau wie ich zwischen den Einbogen bin. Ja, ja. Eva, in dieser Jahreszeit findet man am See manchmal frischen Wasabi. Hast du schon welche entdeckt? Bist du auf deiner Farm Blumenpflanzen? Wenn du das machst, dann gibt Charles keine. Er reagiert sehr empfindlich auf Pollen. Ratia, danke, dass du vorbeigekommen bist. Das darfst du dann für dich sein. Und schafft. Das darfst du dich. Wasabi, ich kann die Vögel kosten. Das darfst du, denn ich mache das Video wie ... Wasabi, ich kann die Vögel sehen. Und schafft. Das darfst du dann auch einen Aufmerksam, Das darfst du dannen. Das darfst du dann zum Beispiel nicht lippen. Das darfst du dann auch einen Aufmerksam. Das darfst du dann auch mal auf deiner Erkrank. Vielen Dank. Das ist auf Nummer sicher. Hey, danke. Willkommen, willkommen. Ich rede in der Schule über viele Themen. Wie man richtig recycelt zum Beispiel. Es hört sich vielleicht einfach an, aber ich möchte, dass die Kinder schon möglichst früh davon Bescheid wissen. Das ist eine neue Prüfungszeit in der Schule. Ich hoffe, ich bin gut vorbereitet. Okay. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.